Und hier ist wieder PfCasts mit Felssturm und Plankton. Yay! Und Trine! Trine! Und ja, machen wir weiter. Achso, halt, ich könnte auch erstmal... erstmal gucken, was hier... Oh, oh! Okay, okay. Hallo. Da rechts rollen die ganze Zeit irgendwie. Dem wird entgegengesetzt. Oh! Okay, okay, sieht gut aus. Äh... Stapelt sicher. Okay, nice. Alter, du bist doch... Hä? Du bist doch... Was ist denn jetzt passiert? Die Kiste ist weggegangen. Ach, das höre ich doch nicht. Jetzt habe ich das Gedicht verpasst. Geht das jetzt noch Escape? Nee. Äh... So, okay. Ja. Dann kommen wir wieder hier runter. Ja, ich bin hier oben. Ähm, da hinten ist ein Hebel. Kriegen wir denn das jetzt hinten? Bestimmt mit diesen Stacheldingern, oder? Und dann rüberlaufen, meinst du? Ja. Ja, aber die Säure zerlegt es ja wieder. Das stimmt, ja. Ich kann die starre Dinge auch nicht anpassen, also es ist nie möglich. Ähm, kannst du mal bitte die Planke, wo ich draufstehe, bis ganz vorne hin machen? Ja. Warte mal. Da oben ist ein Holz, genau, ja. Ja, klappt. Ich komm auch mal. Jawoll, nice. Alles klar. Hast du den Hebel schon benutzt? Nee. Junge, du musst den Hebel benutzen, wenn da welche sind. Ich muss erstmal gar nicht aus der Sterbezahlzahl. Wisst zwar nicht, was es ist, aber... Ja, mein Freund. Das ist mir gar nichts. Äh... Na, ich würde sagen, hier ist... Okay. Gerade du hast die Fußspitze versenkt. Kannst du mir mal... Warte mal, ich mach dir mal hier ein Brett hin. Okay. Drosspringen und dann kann ich dich hochhorn lassen. Okay, warte. Okay, geh mal da hoch. Warte mal. Ich musste nicht, hier geht's nicht weiter. Okay, gut. Ah! Puh! Warte, warte. Ja. Ähm... Warte mich mal durch, ja. Ich drück runter noch. Ja, durch. Ah, nee! Warte, ja, ich weiß schon, ich seh's. Ich weiß nicht, wie weit du mich siehst, also... Ich seh dich noch. Woah. Woah. Das liebes kurze Abstände. Vielleicht doch ne kleinere Planke? Ich weiß nicht, das wird nicht. Guck mal, was so kurze Abstände das sind. Ja, da müssen wir doch anders. Gucken wir erstmal zurück. Okay, ähm... Vielleicht müssen wir mit diesen... ...mit diesen Dingern hier arbeiten. Guck mal. Oder einfach mit dem Schild laufen. Guck mal. Guck mal. Äh, guck mal. Mach mal den Dings weg, der blockiert das jetzt. Hä, der blockiert das? Guck mal. Jetzt können wir schon mal bis dorthin gehen. Bis hier hin und dann mit dem Schild. Ja. Ja. Mo, danke. Äh, da kommt noch ein Vieh, ne? Ah, jetzt hab ich alles kaputt gemacht. Oh oh. Ich kann auf die Dinger rauf... ...die Viecher sind. Wir brauchen nochmal so einen... Ja. Du hast? Ja. Ja. Machen wir eine Kiste hin? Alles auch gut. Geil, dann geht das Ding noch nicht runter. Ist noch viel besser. Ja, aber das Ding müssen wir hängen lassen, würde. Vielleicht können wir das nochmal machen. Ich hole mal das nächste. Was kannst du hängen lassen? Ähm... Dieses Ding hier, kannst du... Kannst du es da oben reinstecken? Guck mal jetzt. Das wär geil, ja. Nee, geht nicht. Nee, das geht nicht. Aber ich kann es ja hinstellen. Und sobald es weg ist, kannst du eine Planke hinstellen. Guck mal. Äh... Kann man einfach eine Kiste hinstellen. Das ist nicht genauso. Die Kiste geht kaputt. Hä, warum das? Nee. Nee, geht nicht kaputt. Die brennt aber. So, ich nehm mal einen Eisfall rein, das ist mir nicht wieder auszusehen. Irgendwas kaputt machen, wenn wir auf die Dinger schießen. Jetzt müssen wir bloß noch hier durchkommen. Ja. Das sind kurze Abstände. Das ist unglaublich. Okay. Warte mal. Ähm, warte mal, sei ich hier? Nee, geh doch hoch einfach. Ach so. Wir müssen doch hier noch hin. Boah. Ja, mein ich ja. Das ist ein bisschen komisch gewesen. Ja. Nimmst du mal den Stern weg hier? Danke. Das war echt nicht zu erkennen, dass das eine Rutsche ist für das... Ja, ne? Für das Dingens hier, ey. Oh, schöner Effekt. Oh, schöner Effekt, ja. Mhm. Hallo? Oh, das ist so wie, äh, so wie Duschwand. Ja, ne? So. Oh, hallo. Hallo. Oh, der ist... Hast du grad was runtergekommen, ey? Wiss ich nicht. Der hat irgendwo hingeschossen, und das ist was kaputt gekommen. Hm. Woah! 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 What? Alter! Das war so. Das muss so. Ich will den Safepoint. Äh! Hammer? Ja. Ich guck mal nach links. Äh. Na, alles klar. Muss aufpassen, dass wir nicht zu weit gespielt werden irgendwie. Ach so, okay. Hilfe! Blup, blup. Komm mal noch nicht hin. Komm mal hier wieder nicht hin. Scheiße. Wir sind von der anderen Seite oder so. Ja, wir müssen irgendwas bauen wieder oder so. Hier kommen die Türen. Alter, was sind das? Aquamenschen! Wir sind ein paar Goblins mit anderer Textur, oder? Ja. Gut, dass es hier gegen Friendly Fire gibt. Mach mal Sturmhammer werfen! Warte! Ups! Okay, okay. Hä? Was jetzt? Ach so, jetzt ist hier oben Zeug an. Vielleicht ist es unten aus. Es klingt, als würde etwas klemmen, Bruder. Als wäre etwas kaputt. Ähm, komm mal her. Guck mal erst mal nach den anderen Hebel, mal gucken, wo wir da hin. Ich glaube, wir müssen kurz ein Tor aufmachen, oder? Weiß ich nicht. Ja. Jetzt vielleicht? Mach mal den nochmal. Ne, ach, wir müssen hier das richtig irgendwie zusammenbinden, glaube ich. Ja, ja, ja. Komm mal zurück. Hier gibt es noch irgendwas zum Bewegen. Hier diese... Diese Plattform, ne? Ja. Ich glaube, runter, ja. Wie kriegst du denn hier runter? Warte, warte mal. Stell dich noch mal drauf. Ich glaube, die sinkt. Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Tschüss. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ich kann nicht weiter runter, jetzt. Na, jetzt haben wir uns nicht. Kann ich mit dem Feuerfall reinbubbern? Ne. Danke. Irgendwann verpuffen sie schon. Habs. Ja? Nice. Ist da alle unten? Ja. Gut. Siehst du, müssen wir da hoch? Ja. Äh, hier geht es auch nochmal unter Wasser. Hm. Okay. Hä? Kommisch. Also hier unten gibt es zwar... Ist zwar auch wieder irgendwie unter Wasser, aber äh... da ist ja jetzt unter so einem Podest wie gerade eben eingesperrt. Okay. Wie bist denn du? Irgendwo hier rechts? Rechts? Äh, links, sorry. Ah. Hier habe ich irgendwas Zeug weggeschossen, aber ich weiß nicht warum. Vielleicht kommt man da hoch? Ich weiß es noch nicht. Oh. Und? Nee. Nee. Dann müssen wir doch erst hier nach rechts, ne? Und dann... Ja. Wir müssen hier hoch. Ah. Okay. So. Muss bis links hin, oder? Das sieht zumindest so aus, ja. Bis links, ja. Dann machen wir erstmal so eine Ecke, würde ich sagen. Ist das einfach ganz links, hier? Nee, hier. Ja, links auch, ja. So. Zack. So, na, das ist ja... Guck mal, jetzt ist es doch nicht mehr so wild, ja. Das ist mal so. Zack. Ist vielleicht das, ne? So. Zack. Gehen Ende. Nee. Tada. Ich geh mal runter. Easy going. Versuchen wir es. Versuchen wir es. Wo bin ich denn? Okay. Okay. Ah, jetzt pumpt du das Wasser ab. Das hätte bestimmt auch mit links geklappt, ohne Gewicht. Hey, nee, 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 nee. Da ist Wasser noch da. Ah, okay. Oh, hier gibt es jetzt Haufen Zeug. Da will ich schon hoffen. Okay. Na, die Herzen sind ein bisschen sinnlos, aber... Ich baue mir mal ein Podest, damit ich ein bisschen höher gucken kann und lass ich nicht hochgehe. Was machst du denn? Ich würde eigentlich eine Flanke bauen, aber es geht nicht. Du stehst grad so komisch. Ach so. Ja, geht nicht. Okay, warte. Machen wir schnell Sicherheitsmaßnahmen. Okay. Äh... Ja, hier geht es weiter. Okay. Aber... Willst du unten nochmal gucken, oder? Unten ist clear. Da gibt es nichts mehr. Dann schmeiße ich dir einfach ein paar Dinger runter, dass du klettern kannst. Okay. Gucken, ob das schon reicht, ja. Sind da oben Stacheln? Ja, die habe ich ja quasi wegge... Dings. Kann ich besser... Ach so, ich hätte nämlich ein Fass, das kann ich dann dranhängen. Ach so, das kannst du auch mal... Kannst du das hier, kannst du das übernehmen? Ne, ich sehe es nicht. Willst du das noch nehmen, den... den Ding ins hier? Ähm... Ja, dann nehme ich den irgendwann noch. Wollen wir... Werfen wir mal das Fass hoch, vielleicht kannst du es hochwerfen. Ja, vielleicht kann ich es, wenn ich ein Stück weiter oben drauf stehe. Ich muss die Kisten anders bauen. Jetzt ja, ne? Jawoll. Jetzt sehe ich es fast nicht mehr. Ach so, machen wir einfach eine Planke. Weiter kann ich nicht. Höp. Okay. Ja. Nice. So, noch bis zum nächsten... Warte mal. Da oben. Kübel. Hier ist ein Hebel. Soll ich den mal betätigen? Ah! Aber warte mal. Kommst du flieb zurecht, ja? Ja. Okay, Levelaufstieg. Wir haben drei Punkte. Ähm... Explosiver Hammer oder vier Kisten? So. Explosiver Hammer oder? Ja. Flächenwirkung hat er jetzt. Nice. Irgend gibt es nichts. Das wird zum Rüberschwingen wahrscheinlich. Mhm. Sinn macht irgendwie. Hebel, hast du schon gemacht oder was? Nee. Der muss sich abbrechen, weil die Viecher kamen. Der pumpt bestimmt einfach nur die Säure nach links, oder? Coole Effekte auf jeden Fall. What? Da kommt Hummerbrun noch rein, hab ich gesagt. Oder auch nee. So. Ich glaub der Teil ist wieder vorbei. What? The F. What? Okay. Aber ist richtig, oder? Ja. Das macht Sinn. Ein bisschen, ja. Ähm, ja. Ich bin Felssturm. Und Plankton. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. nochmal pulse. Am intern und her se dem Publikum hab KH DaiP嶋. Film Romano. Ah.